Guten Tag und willkommen zu MundoMoral.es Versuchungen über die Natur des ethischen und psychologischen Willens betrachten können. Und, der wichtigste Punkt ist jedoch, dass der Einfluss von Schopenhauer auf Wittgensteins Philosophie tiefer und weiter verbreitet sein könnte. Als wir dachten, 39, Max Horkheimers Denken war stark von Schopenhauers Pessimismus beeinflusst. Das alles Leben der Macht gehorcht und aus dem Zauberkreis des Egoismus gerade noch die Hingabe an die Sache, die Identifikation mit dem, was nicht ich bin, herauszuführen und ins Nichts hineinzuführen scheint, und das ist ein Mythos. Hat Schopenhauer gesehen und war der Welt böse dafür. Für. 40. Arnold Gehlen ordnete Schopenhauers Mitleidsethik als Teilwahrheit In den Rahmen seiner Konzeption einer pluralistischen Ethik, ein und Wies in diesem Zusammenhang kritisch auf die isolierte Lebenssituation des Philosophen hin. Das Mitleidsmotiv sei, verständlich als Stimme eines Mannes, der familienlos, staatenlos und berufslos, Als zugereister Frankfurter und Rentiermühe gehabt hätte. Andere Antriebe zu Verpflichtungen in sich zu finden. 41. Karl Hillebrandt bewunderte insbesondere Schopenhauers Sprache Die Proprietät der Ausdrücke, die Fülle der schönen Gleichnisse, die durchsichtige An- und Unterordnung der Gedanken, die Leichtigkeit und Korrektheit des Satzbaus, die Farbe und das Leben dieses Stils sind beinahe einzig in unserer Literatur. 42. Die Rezeption und Verbreitung des Buddhismus in Deutschland lässt sich auch aufs Schopenhauers Wirken zurückführen. Der Philosoph sah in dieser Religion einen Gegenentwurf zur abendländischen Metaphysik und deutete deren Erkenntnisstreben als Mittel, die geistige Isolierung des Individuums zu durchbrechen. 42. Schopenhauer fand zahlreiche Verbindungen zwischen seiner eigenen Philosophie und der buddhistischen Lehre, etwa den Atheismus. 43. Die Indienbegeisterung vieler damaliger Intellektueller wie auch die ersten deutschen Übersetzungen asiatischer Texte wurden durch seine Schriften angeregt. 43. Psychologie Die Psychoanalyse, bzw. Metapsychologie 43. Sigmund Freuds setzt unmittelbar bei Schopenhauers Lehre vom Willen und seiner Negierung an, indem sie die Schäden untersucht, die durch willentliche oder unfreiwillige Triebunterdrückung entstehen. 43. Freuds Ansatz kann als Versuch der Rerationalisierung des menschlichen Lebens eingeordnet werden, da er eine Methode zur Analyse des Schopenhauer-Schenbegriffs des Willens erarbeitet, mit dem Ziel, diesen kontrollierbar zu machen. 44. Wo es war? Soll ich werden? 45. Gedenkmarke der Deutschen Bundespost zum 200. Geburtstag von Schopenhauer 1988 daneben knüpfte Karl Gustav Jung, Hauptvertreter der analytischen Psychologie, mit seinem Konzept des kollektiven Unbewussten an Schopenhauer an, Der Begründer der Individualpsychologie Alfred Adler deutete Schopenhauers Ansatz der Leidensüberwindung als fundamental positiven Aspekt in der menschlichen Entwicklung auf dem Weg von seiner Unmündigkeit bei der Geburt zur individuellen Vollkommenheit. Der bei Schopenhauer auf einen Weltwillen zielende Entwurf wird als schöpferisches Element in jedem Lebewesen interpretiert. 44. Adler sieht Schopenhauers Ansatz zur Verneinung des Lebens vorbereitet. In einer feindlichen Beziehung zur Mutter. 45. Anderes 1911 gründete Paul Deussen die Schopenhauer-Gesellschaft. Wurde ihr erster Präsident und begann mit der Herausgabe einer unvollendet gebliebenen, kritischen Schopenhauer-Ausgabe in 14 Bänden. Zum 150. Todestag am 21. September 2010 erschienen neben Monografien Zitatsammlungen, 46, 47, auch zahlreiche Würdigungen in der Presse. 48. In dem letzten Wohnort in Frankfurt am Main an der schönen Aussicht steht heute das Schopenhauer Hotel. Ausstellungen in Frankfurt am Main zeigt die Stadt- und Universitätsbibliothek seit 22. Oktober 2019 zu Schopenhauers Leben und Wirken die Ausstellung Die Welt als Wille und Vorstellung, 49, ebenfalls in Frankfurt ist seit 30. Oktober 2019 im Historischen Museum die Ausstellung, Skopenhauers Frankfurt, zu sehen. 50. Werke maßgebliche Editionen wurden herausgegeben von Arthur Hübscher. Ludger Lüttkehaus oder Wolfgang Freiherr von Löhneisen und die zehnbändige Zürcher Ausgabe von Angelika Hübscher. 51. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. 1813. Dissertations Kopenhauers. Zweite. Sehr verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage. 1847. Google Books. Kommons. Dritte. Verbesserte und vermehrte Auflage. 1864. Google Books. Über das Sehen und die Farben. 1816. Google Books. Zweite. Verbesserte und vermehrte Auflage. 1854. Kommons. Theorie Colorum. 1830. Lateinische Fassung der überarbeiteten Farbenlehre. Die Welt als Wille und Vorstellung. Erster Band. 1819. Volltext. Zweiter Band S. U. 1844. Zweite. Vermehrte Auflage. 1844. BSB München. Dritte. Verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage. 1859. Google Books. Über den Willen in der Natur. 1836. Zweite. Verbesserte und vermehrte Auflage. 1854. Digitalizei. Die beiden Grundprobleme der Ethik. Über die Freiheit des menschlichen Willens. Über das Fundament der Moral. 1841. Zweite. Verbesserte und vermehrte Auflage. 1860. Google Books. PDF. Die Welt als Wille und Vorstellung. Zweiter Band. 1844. Digitalizei. BSB München. Dritte vermehrte Auflage. 1859. Digitalizei. Paerga und Paralipomena. Erstausgabe Paerga und Paralipomena. 1851. 1851. Zwei Bände. Enthalten die Aphorismen zur Lebensweisheit. Über die Universitätsphilosophie. Über Schriftstellerei und Stil. U.A. Zweiter Band Google Books. Über das Geistersehen und was damit zusammenhängt. PDF-Fassung. Darüber hinaus wurde Skopenhauers handschriftlicher Nachlass herausgegeben von Arthur Hübscher und Volker Spierling. Arthur Hübscher. Herausgeber. Der handschriftliche Nachlass in fünf Bänden. Vollständige Ausgabe in sechs Teilbänden. DTV. München 1985. Unveränderter Nachdruck der historisch-kritischen Edition. Frankfurt am Main. Waldemar Kramer von 1966 bis 1975. Im Einzelnen. Frühe Manuskripte von 1804 bis 1811. Kritische Auseinandersetzungen von 1809 bis 1818. Berliner Manuskripte von 1818 bis 1830. Enthält die Eiristische Dialektik. Die Manuskriptbücher der Jahre von 1830 bis 1852. Letzte Manuskripte Gratians Handorakel. Inklusive über die, seit einigen Jahren, Methodisch betriebene Verhunzung der deutschen Sprache, Randschriften zu Büchern. Volker Spierling. Herausgeber. Und Einleitung. Philosophische Vorlesungen. 4 BDE. Aus dem handschriftlichen Nachlass. PIPA. München von 1987 bis 1990. Im Einzelnen. Theorie des gesamten Forstellens, Denkens und Erkennens. Metaphysik der Natur, Metaphysik des Schönen, Metaphysik der Sitten. Lutger Lüttkehaus, Herausgeber, das Buch als Wille und Vorstellung. Arthurs Kopenhauers Briefwechsel mit Friedrich Arnold Brockhaus. C. H. Beck. München 1996 ISBN 3-406-40956-3. Lutger Lüttkehaus, Herausgeber. Und Nachwort. Ich bin ein Mann, der Spaß versteht. Einsichten eines glücklichen Pessimisten. Deutscher Taschenbuch Verlag. München 2010. ISBN 978-3-423-13910-6. Franco Volpi. Ernst Ziegler. Herausgeber. Senilia Gedanken im Alter. C. H. Beck Verlag. München 2010. ISBN 978-3-406-59645-2. Ernst Ziegler. Herausgeber. Und Vorwort. Über den Tod. Gedanken und Einsichten über letzte Dinge. C. H. Beck Verlag. München. 2010. ISBN 978-3-406-60567-3. Ernst Ziegler. Herausgeber. Herausgeber. Pandekte. Philosophische Notizen aus dem Nachlass. Beck. München 2016. ISBN 978-3-406-68369-5. Ernst Ziegler. Herausgeber. Spicylegia. Philosophische Notizen aus dem Nachlass. Beck. München 2015. ISBN 978-3-406-67114-2. Seit 2017 wird die Berliner Vorlesung über die gesamte Philosophie oder die Lehre vom Wesen der Welt und dem menschlichen Geiste von 1820-21. als Studienausgabe neu herausgegeben von Daniel Schubbe. Unter Mitarbeit von Judith Werntgen-Schmidt und Daniel Elon. Teil 1. Theorie des Forst-Allens, Denkens und Erkennens. meiner Hamburg, voraussichtlich 2021, ist gleich PHB 701, ISBN 978-3-7873-3176-5. Teil 2. Metaphysik des Schönen, ist gleich PHB 702, ISBN 978-3-7873-3177-2. Teil 3. Metaphysik des Schönen, meiner Hamburg 2018, ist gleich PHB 703, ISBN 978-3-7873-3178-9. Teil 4. Metaphysik des Schönen, meiner Hamburg 2017, ist gleich PHB 704, ISBN 978-3-7873-3179-6. Sekundärliteratur Walter Abendroth, Arthur Schopenhauer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowold Taschenbuch Verlag, Rheinbeck bei Hamburg 1967, ISBN 3-499-50133-3. Urs App, Schopenhauer's Kompass, die Geburt einer Philosophie, University Media, Rorschach, Kyoto 2011, ISBN 978-3-906-000-02-2. Sabine Appel, Arthur Schopenhauer, Leben und Philosophie, Artemis und Winkler, Düsseldorf 2007, ISBN 978-3-538-07241-1. Dieter Birnbacher, Schopenhauer, Riecklem, Grundwissen-Philosophie, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-1-5-0203-27-9. Otto A. Böhmer, Schopenhauer oder die Erfindung der Altersweisheit. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60095-1. Alfred Estermann, Schopenhauers Kampf um sein Werk. Der Philosoph und seine Verleger. Insel. Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-458-17252-1. Margot Fleischer, Schopenhauer, Herder, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-451-0493-1-7. Margot Fleischer, Schopenhauer als Kritiker der kantischen Ethik, Königshausen und Neumann, Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2470-2. Adrian Gmelch, die politische Philosophie Arthurs Kopenhauers. Diplomica Verlag, Hamburg 2016, ISBN 978-3-959-34910-9. Wilhelm Gwinner, Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgang dargestellt. Zweite Auflage. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1987. ISBN 3-7829-0349-8. Diese Biografie wurde kurz nach Schopenhauers Tod verfasst. Rudolf Heim, Arthur Schopenhauer. Biografie 1864. Biografie 1864. Biografie 1864. Biografie 1864. Biografie 192.